Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem weiteren Video auf YouTube. Im heutigen Video geht es mal um den Vergleich zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs und habe daher 200.000 Euro 70-30 Depots erstellt. Einmal ausschüttend, einmal thesaurierend und zeige euch, wie sich diese zwei Depots in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Weiter geht's nach dem Intro. So, jetzt sind wir hier einmal in der Ausgangssituation und zwar diese beiden Depots wurden quasi erstellt oder das Investment wurde getätigt am 1. September 2012. 100.000 Euro jeweils sind die Depots groß gewesen. Die Strategie ist 70-30, das heißt 70% in den MSCI World, 30% in den MSCI Emerging Markets. Die meisten von euch sollten diese Aufteilung, diese Strategie kennen. Finanzfluss hat sie geprägt, würde ich mal sagen. Und was bedeutet sie konkret? Einmal 70% MSCI World, das heißt eben ein ETF, welcher Industrieländer beinhaltet. Das sind dann Länder wie zum Beispiel Amerika, UK, Japan oder auch Deutschland und 30% des Portfolios sollten MSCI World ETF ausmachen. Das sind dann eben Schwellenländer, Schwellenländer wie zum Beispiel China, Indien oder auch Taiwan. Und wie am Anfang des Videos schon gesagt, haben wir zwei Varianten. Einmal die ausschüttende, also beide ETFs, einmal der MSCI World, einmal der MSCI Emerging Markets ausschüttend und einmal thesaurierend, also quasi Gewinne reinvestierend. Jetzt gehen wir kurz mal rein. Bevor wir reingehen, wollte ich euch erst nochmal hier die Ausgangssituation zeigen, welche ETFs auch es geworden sind. Ich habe darauf geachtet, dass beide ETFs ungefähr miteinander vergleichbar sind. Also alle vier sind es ja am Ende, es sind zwei MSCI World, zwei MSCI Emerging Markets, einmal eben jeweils oder jeweils einmal ausschüttend, einmal thesaurierend. Bei der ausschüttenden Variante, das seht ihr hier an DIST, steht für Distributing, habe ich den iShares MSCI World, eben Kaufdatum 1. September 2012, 70,30, heißt eben 70% in den MSCI World investiert. Zu einem Kurs damals, 21,60 Euro, waren eben knapp 3.240 und paar zerquetschte Anteile und der MSCI Emerging Markets, das war ebenfalls der ausschüttende Distributing, auch von iShares, waren dann eben 30.000, waren knapp 1.010 und paar zerquetschte. Und jetzt gehen wir hier nochmal eben, warum hier nochmal die weiteren Ausschüttungen, sind natürlich alles hier Ausschüttungen bei den Transaktionen, da gehen wir auch noch rein. Und einmal hier die thesaurierende, etwas langweilig, waren nur zwei Transaktionen in den letzten 10 Jahren, einmal eben den iShares MSCI Emerging Markets, ACK für Accumulating, 30.000, eben 30%, waren dann 1.366 Anteile und ein paar zerquetschte. Und einmal der iShares Core MSCI World, eben 70.000, 70% waren dann 2.903 und ein paar zerquetschte. Jetzt gehen wir erstmal in die Übersicht rein bei beiden, wie hat sich denn dieses Portfolio, diese zwei Depots in den letzten 10 Jahren entwickelt. Wir haben einmal das 70,30 Depot, das hat jetzt aktuell ein Portfolio Volumen von 230.000 und zudem haben wir noch auf dem Verrechnungskonto, weil es ja eben die ausschüttende Variante ist, eine Ausschüttung von 28.366. Fairerweise muss man hier natürlich sagen, das wäre jetzt brutto. Wenn man es netto haben möchte, musste man ungefähr wahrscheinlich noch so 4.000, roundabout schätze ich jetzt mal abziehen. Warum nur 4.000? Alle denken jetzt, uh, es sind ja 25% roundabout die Steuer. Das müssten ja dann eigentlich bei hier knapp 30.000, müssten es ja dann irgendwie 7.500 sein. Ich zeige euch gleich aber warum, weil es eben ja den jährlichen Steuerfreibetrag gibt und der natürlich jedes Jahr auch dazu führt, dass ein Teil, und zwar 801 Euro, jetzt mal dahingestellt, ob es Kapitalerträge durch Verkäufe sind, also durch Gewinne, realisierte Gewinne oder eben ausgeschüttete Dividenden, entweder durch Dividendenaktien oder eben durch ausschüttende ETFs, hat man ja 801 Euro Freibetrag im Jahr und deshalb würde natürlich hier nochmal ein etwas größerer Teil steuerfrei am Ende sein. Jetzt schauen wir hier einmal rein, wie hätte sich das thesaurierende Portfolio entwickelt. Da wäre man jetzt Stand heute bei einem Portfoliovermögen von 272.000. So gesehen, unterm Strich wäre man also jetzt nur, wenn man das Portfolio hätte, Dividenden so gesehen, jetzt nicht den Blick aufs Verrechnungskonto wagen würde, wäre man beim ausschüttenden Portfolio bei plus 130% auf die 10 Jahre und beim thesaurierenden Portfolio Depot bei 100%, also plus 172% auf die letzten 10 Jahre, liegt natürlich ganz klar daran, man sieht hier schön, dass einfach auch der Zinseszins wirkt, weil natürlich bei thesaurierenden ETFs wird die Dividende natürlich nicht ausgeschüttet, deshalb hier, wo man hier bei den Ausschüttenden eben eine Ausschüttung hat, hat man hier bei dem thesaurierenden eben keinerlei Ausschüttung, weil eben die erhaltene Dividende, die man bekommen würde, wird eben reinvestiert, wird direkt von iShares, in dem Fall, wir hatten jetzt hier zwei iShares ETFs, wird eben direkt von iShares einbehalten und eben in regelmäßigen Abständen reinvestiert, eben neue Anteile dafür gekauft, das heißt, oder neue Aktien eben gekauft, das heißt eben, dass der gesamte Wert an Anteilen so gesehen mehr wird, deshalb hat man jetzt hier am Ende auch eine bessere Performance, wenn man sich das jetzt hier mal unterm Strich anschauen würde, wäre jetzt hier, genau das sieht man bei Portfolio, wäre jetzt hier bei Portfolio, wenn wir jetzt hier mal einmal die thesaurierende Variante hat und einmal hier die ausschüttende Variante hat, ist es tatsächlich recht ähnlich von der Performance, klar, sie sind nie 100% gleich, weil es trotzdem immer noch ein bisschen separate ETFs sind, auch wenn sie beide von iShares sind, auch wenn sie beide genau gleich heißen, hat zum Beispiel der thesaurierende MSCI Emerging Market beinhaltet, beinhaltet in den Top 10 mehr ETFs, also beinhaltet zum Beispiel ein China ETF, jetzt zeige ich euch mal kurz, dass ihr versteht, was ich meine, genau, hier den MSCI Emerging Markets, genau, ah, sorry, es war tatsächlich doch der ausschüttende, genau, zum Beispiel beinhaltet hier einmal der ausschüttende MSCI Emerging Markets in den Top 10 nach Gewichtung, einmal den iShares MSCI Brazil, einmal den iShares MSCI Saudi Arabia und der MSCI Emerging Markets beinhaltet dafür den MSCI China, also der thesaurierende ETF jetzt von den MSCI Emerging Markets und deshalb gibt es natürlich so gesehen immer eine leichte Verfälschung am Ende, weil klar, ähm, muss man sagen, ähm, sie sind nie 100% deckungsgleich, die ETFs, auch wenn sie gleich heißen und man vielleicht denken möchte, beide ETFs sind genau gleich, nein, ausschüttend und distribu-, also distributing ETFs und accumulating ETFs, also thesaurierende sind immer ein bisschen anders, man sieht es hier an der Performance, sie ist recht ähnlich, aber zum Beispiel seit Auflage hat der ausschüttende, das ausschüttende Depot eine Performance von 179% ungefähr und der thesaurierende von 172% und, ähm, ja, auch auf jetzt hier, sagen wir mal, Year-to-Date war es beim Ausschüttenden minus 2,8% und beim thesaurierenden minus 2,5%, also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber an sich, wenn wir jetzt hier mal weitergehen, mit Blick auf die Allokation, hier beim Ausschüttenden ist die Allokation recht ähnlich, wir haben einmal Amerika mit 57,8%, China 5,18%, Japan 4,9%, Amerika, äh, England, UK mit 3,6% und hier, ähm, ja, recht ähnlich, wenn ihr es hier seht und auch, wenn man sich mal die Top 10 Positionen anschaut, der einzelnen, ähm, Depots, einmal eben vom Ausschüttenden Depot hier, eben vom Ausschüttenden haben wir Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Taiwan Semiconductors, ähm, Alphabet A, Alphabet C, United Health Group, NVIDIA, Johnson & Johnson, und wenn man jetzt hier die thesaurierenden anschaut, ähm, hat man Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Taiwan Semiconductors, ähm, Alphabet A, Alphabet C, United Health, NVIDIA und den iShares MSCI statt Johnson & Johnson, das ist dann sozusagen die einzigste, ähm, der einzigste Switch, dass man hier eben statt, ähm, also beim thesaurierenden eben in den Top 10, den MSCI China A ETF drin hat und eben im, ähm, ausschüttenden den Johnson & Johnson. Und ja, ich glaube, es ist auch ein kleiner Brain-Fuck, würde ich jetzt mal sagen, Beep, Brain-Beep, ähm, für die Leute, dass tatsächlich auch in den Top 10 von ETFs auch ETFs drin sein können, also, ähm, es sind nicht nur Einzelaktien drin, sondern es können tatsächlich durchaus in ETFs auch weitere ETFs beinhaltet sein, das macht das Ganze natürlich vielleicht ein bisschen undurchschaubarer, weil es natürlich etwas schwieriger ist, wenn man jetzt sagt, hey, die Top 10 besteht aus den 10 Aktien, ähm, dann kann man die 10 Aktien recht gut definieren, wenn man jetzt aber sagt, hey, die Top 10 besteht aus 10 ETFs, dann wird es schon mal ein bisschen schwieriger, da durchzublicken, ähm, auch inwieweit es Überschneidungen gibt oder keine Überschneidungen gibt. Und genau, das wollte ich jetzt kurz nochmal als kleinen Nebenfact sagen, ähm, jetzt sind wir hier einmal bei den Ausschüttungen, da gehe ich jetzt hier nur natürlich auf den Ausschüttenden, dass ihr hier mal seht, was ist denn dabei rumgekommen, mit Blick auf die letzten Jahre, ähm, mit Schätzung eben, was dieses Jahr 2022 noch rumkommen könnte, wären es jetzt 30.000 ungefähr gewesen, also auf den Anfangsinvest brutto natürlich, auf den Anfangsinvest, ähm, wären es brutto eben 30% gewesen in den 10 Jahren, ähm, netto wären wir bei ungefähr 24, 25%, ich nehme mal an, es wären 5.000 bis 6.000%, die man abziehen müsste, weil ihr seht es hier, jeweils 8.000, äh, 801 Euro im Jahr wären Steuerfreibetrag und eben alles, was dann drüber wäre, würde eben versteuert oder besteuert werden, mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und eben eventuell Kirchensteuer, wenn man in der Kirche ist, ähm, Kirchensteuer jetzt mal ausgeklammert, wären es dann eben Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag, 26,375%, die eben an Steuern anfallen würde, auf Gewinne, eben ja natürlich auch auf Ausschüttungen, eben über 801 Euro im Jahr. Und genau, es führt auf jeden Fall dazu, dass es durchaus einen recht schönen Cashflow jährlich bringt, ähm, man kann sich das Ganze jetzt hier auch mal in der Jahresansicht anschauen, ähm, es ist auch durchaus ein recht schönes, ähm, Dividendenwachstum zu sehen, jetzt hier 2022 nach Schätzung wäre es auch das beste Jahr mit 3.500 an Ausschüttungen, also ungefähr 3,5% brutto auf das Anfangsinvestment von 100.000 Euro. Und wenn man sich jetzt hier mal die einzelnen Monate oder Quartale anschaut, ähm, schauen wir mal Monate an, ähm, einmal der iShares Emerging Markets, der zahlt eben im März und im Juni aus und auch der iShares MSCI World zahlt im März und im Juni aus. Und es sind dann durchaus schon, ähm, zwei Monate, wo doch ein recht schöner Cashflow bei rumkommt. Ähm, klar, natürlich muss man fairerweise sagen, wenn man sich für ausschüttende Varianten entscheidet, ähm, sieht man natürlich, wenn man jetzt hier nochmal auf die Gewinn- und Verlust, ähm, Rechnung schaut, muss man einfach, wenn man einen ausschüttenden ETF hat, hier, wenn man mal die Performance anschaut, jetzt im MSCI World, war sie bei dem Ausschüttenden bei 173% und bei dem Thesaurierenden bei 222%. Man muss einfach, was ich sagen wollte, muss einfach Rendite in Kauf nehmen für die Ausschüttung, macht natürlich Sinn, ähm, so gesehen hat man hier jetzt aber keinerlei Erträge bei dem Thesaurierenden, wo man jetzt hier so gesehen, das ist immer noch Brutto alles, ähm, sagen wir mal netto wären es wahrscheinlich 18.000, wo man hier, sagen wir mal, nochmal 18.000 netto on top hätte, aber würde dann trotzdem eben unterm Strich, wenn man sich anschaut, unrealisierter Gewinn plus Nettoausschüttung, würde man eben nur zu einer Performance von ungefähr 200% kommen, also ungefähr 140.000 unterm Strich und, ähm, nicht wie bei der Thesaurierenden Variante, beim Thesaurierenden MSCI World zu einer Performance von 222% kommen und jetzt auch beim MSCI Emerging Markets, da ist es zwar nicht ganz so tragend, da würde man hier ungefähr, ähm, auf unrealisierten Gewinn und Ausschüttung netto auf ungefähr 50%, 52% kommen, das ist jetzt hier beim Thesaurierenden MSCI Emerging Markets, sind wir bei einer Performance von 55%, ähm, klar muss man sagen, aber ich muss selber auch sagen, beide Arten haben, ähm, Vor- und Nachteile, ähm, auf jeden Fall muss man sagen, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt hier sich nochmal anschaut, auf die maximale Sicht, auf die letzten 10 Jahre, haben sich beide, ähm, Depots, ob ausschüttend, ob thesaurierend, sehr, sehr gut entwickelt, das heißt schon mal, ähm, unabhängig, ob ausschüttend oder thesaurierend, investiert auf jeden Fall, definitiv ein Teil eures Geldes, breit gestreut in Welt-ETFs, ähm, auch wenn man natürlich hier sagen muss, ähm, Welt-ETFs, was meine ich damit, klar, MSCI World, MSCI Emerging Markets, ähm, man sieht, die Performance ist langfristig jetzt steigend gewesen, trotz Corona, trotz den aktuellen Problemen, die wir wirtschaftlich haben, ähm, mit dem Krieg in der Ukraine, ähm, mit den steigenden Energiepreisen, dadurch mit einer sehr hohen Inflation, ähm, mit weiteren wirtschaftlichen Problemen, Lieferengpässe und, 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 ähm, ihr kennt alle die Probleme, brauche ich nicht weiter drauf eingehen, ähm, ist trotzdem die Performance bei beiden ETFs mit Blick auf die letzten 10 Jahre, also was wäre, wenn ich im September 2012 investiert hätte, heute rausgekommen, aber man muss fairerweise auch sagen, der MSCI World, also die Industrieländer, natürlich dann Bullenteil mit Amerika, mit ungefähr, ähm, was waren es jetzt nochmal hier, 56, 57%, genau, mit ungefähr 57, 58%, ähm, haben natürlich hier den Bullenteil ausgemacht, ähm, und Schwellenländer haben jetzt verglichen nicht so gut performt, ich bin selber, wisst ihr alle, ein Fan von trotzdem Mischung, macht, ähm, ein Teil Schwellenländer, macht ein Teil Industrieländer, ähm, es hat sich beides gut performt, klar, Schwellenländer nicht ganz so gut, aber, meiner Meinung nach, wir sind auch gerade an einer Phase, wo es mich nicht wundern würde, wenn vielleicht ein paar Schwellenländer durchaus ein paar Industrieländer im Schnitt outperformen würden, was ein Wirtschaftswachstum angeht, ähm, wer weiß, vielleicht ist in 10 Jahren auch China eine Weltmacht Nummer 1 und nicht mehr ein Amerika, Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ähm, zudem würde ich auch gerne mal wissen, ähm, ob ihr mehr auf thesaurierende oder auf ausschüttende ETFs setzt, ähm, ich habe jetzt hier mal eben euch den Vergleich gezeigt, klar, Rendite-Technisch hat natürlich der thesaurierende, das thesaurierende Depot gewonnen, im Vergleich zum ausschüttenden Depot, aber, was man natürlich auch sagen muss, beim thesaurierenden hat man natürlich keinerlei Ausschüttung, was ja auch ganz schön sein kann. Deshalb, wie mache ich's? Ich habe immer ein Teil ausschüttend, ich habe immer ein Teil thesaurierend, ähm, thesaurierend sind bei mir vor allem eben ETFs, muss ich fairerweise sagen, aber natürlich auch die ganzen Wachstumsaktien, die keine Dividende ausschütten. Was ist bei mir ausschüttend? Primär Fokus, ähm, natürlich die Dividendenaktien, weil ich einfach sage, hey, wenn ich die jetzt kaufe und bei durchaus der ein oder anderen Dividendenaktie vielleicht auf die nächsten 30, 40 Jahre ein schönes Dividendenwachstum mitmache, dann habe ich wirklich in den 30, in 40 Jahren einen echt sehr schönen passiven Cashflow durch dieses Dividendenwachstum. Auf der anderen Seite, ihr seht's aber auch hier, vor allem wenn man jung ist, kann man einfach den Zinseszins mit Blick auf Jahrzehnte, auf 20, 30, 40 Jahre Anlagehorizont, kann man einfach den Zinseszins am optimalsten nutzen mit thesaurierenden Sachen. Das können dann entweder, wie gesagt, Wachstumsaktien sein, wie zum Beispiel eine Alphabet, die die Gewinne komplett einbehalten und in ihr Business in weitere Sachen investieren oder halt eben im Fall von ETFs, dass man sagt dann, ich habe einen thesaurierenden ETF, ich werde keine Dividende ausgeschüttet bekommen, sondern die Dividende wird direkt in den ETF reinvestiert, um eben langfristig das meiste aus dem Zinseszins rauszuholen. Und ich bin, wie gesagt, ein Fan von die Mischung macht's, 50-50, deshalb schreibt mir gerne rein unten in die Kommentare, wie ihr es macht. Würde mich natürlich auch gerne freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Das freut mich, das freut den YouTube-Algorithmus, das freut alle, deshalb zudem freue ich mich natürlich auch, wie jedes Mal über jedes Abo, jede Glocke, die geklickt wird, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Hier werden noch viele weitere coole Videos erscheinen und genau, freue mich natürlich wieder, wenn ich euch beim nächsten Mal begrüßen darf und bis dahin, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.